Sogenannte Rocket Stoves, Raketenöfen, werden die letzten Jahre immer und immer beliebter. Egal, ob du draußen schönes Feuer genießen willst, ob du draußen grillen willst, ob du draußen kochen willst, der Rocket Stove macht es alles möglich. Der macht es mobil möglich, ohne Gas, ohne Kohle. Du brauchst nur ein bisschen Holz und dann legt der Rocket Stove richtig los. Es gibt immer nur ein riesengroßes Problem für viele. Die Rocket Stove gibt es entweder als Bausätze oder man findet verschiedene Bauanleitungen im Internet. Fertige Rocket Stoves gibt es wirklich selten. Das heißt, wenn du keine Möglichkeit hast zum Schweißen, zum Sägen, zum Zusammenbauen, dann wird es oft relativ schwierig oder es wird halt auch sehr, sehr teuer. Und da habe ich heute wirklich die perfekte Lösung gefunden. Es gibt einen fertigen Rocket Stove. Der sieht nicht nur unglaublich gut aus, ist unglaublich funktional. Der ist wirklich auch sehr solide und vor allen Dingen auch sehr, sehr bezahlbar. Und den gucken wir uns zusammen in diesem Video an. Der Rocket Stove kommt in so einem schönen Paket und der ist von der Firma Haus und Werkstatt 24. Die kennt man eigentlich durch die Eigenmarke Weldinger. Es gibt da aber auch noch verschiedene andere Eigenmarken, zum Beispiel die Eigenmarke Gardinger. Und dieser Rocket Stove ist unter der Eigenmarke Gardinger gefertigt und der kommt komplett aus Deutschland. Das heißt, ich kenne die Fertigung, wo das Ganze hergestellt wird. Das sind gelaserte Vierkantrohre, also eine grundsolide Sache. Das sind nicht irgendwelche dünnen Bleche. Das ist wirklich alles aus 3 mm Material. Es ist zum Großteil geschraubt und zwei, drei Schweißpunkte sind unten auch noch dran. Das heißt, man kriegt dieses Bauteil, das ist komplett fertig und innerhalb von Sekunden einsatzbereit. Sekunden ist dabei wirklich kein Witz. Man kann den Rocket Stove einfach so aus der Verpackung nehmen. Man hat oben einen schönen Tragegriff. Das Bauteil wiegt 6 Kilo, knappe 6 Kilo. Es ist ein 3 mm, 120 x 120 mm Vierkantrohr. Man hat hier oben so ein Kreuz drin, das kann man einfach zusammenstecken. Und so hat man einen vernünftigen Fuß für den Rocket Stove, dass der wirklich auch eine gute Standfestigkeit hat in der Form. Also eine ganz einfache Sache. Ich habe hier unten, kommt die Luft rein. Hier oben habe ich die Klappe. Die kann ich aufmachen. Dann habe ich einen Schacht. Der ist auch 100 x 100 mm. Dann zieht unten die Luft rein. Hier oben kommt das Holz rein. Das ist es im Prinzip. Also eine sehr einfache Konstruktion. Ich habe hier vorne so eine Klappe. Die verschließt sich automatisch. Das heißt, fällt einfach durch die Schwerkraft runter. Wenn ich diese vordere Klappe, wenn ich diesen Einführschacht für das Holz öffne. Das macht allein schon richtig Spaß, wenn man da jetzt mit rumspielt. Zusätzlich habe ich auch noch eine Aufnahme oben, wenn ich einen Topf aufnehmen will oder wenn ich zum Beispiel eine Feuerplatte aufnehmen will, dass ich da oben drauf grille oder dergleichen. Die kann man auch ganz einfach ausklappen. Und so sieht man, ist so ein Rocket Stove wirklich innerhalb von Sekunden einsatzbereit. Wir packen den Rocket Stove jetzt wieder zusammen. Das ist natürlich, wenn er warm ist, muss er ein bisschen abkühlen. Aber das dauert bei so einem kleinen Bauteil wirklich auch nicht die Welt. Und dann kann man den auch einfach innerhalb von Sekunden wieder zusammenbauen und kann den wirklich wieder mitnehmen. Wir nehmen den bei mir mit in den Garten. Und dann werden wir den natürlich auch mal anzünden und werden da mal eine Kleinigkeit drauf kochen. So ein Rocket Stove, hatte ich auch gesagt, kostet keine 80 Euro, also kostet glaube ich 79 Euro oder so. Dafür kriegt man wirklich ein massives Bauteil. Und wie ich immer so schön sage, der wird einen sicherlich wahrscheinlich noch überleben. Also ist eine sehr, sehr solide Sache. Der Rocket Stove kommt in der Form unbeschichtet. Das heißt, der ist nicht lackiert oder so in der Form. Ich würde das für mich auch so lassen. Das heißt, man kann den zum Winter hin einmal ölen, ganz einfach mit Öl. Und wenn man Rost oder so hat, kann man das ein bisschen mit Schleifvlies wegmachen. Es gibt temperaturbeständigen Lack. So ein Rocket Stove wird aber wirklich sehr, sehr heiß. Also man kriegt da schnell Probleme, dass auch dieser temperaturhitzebeständige Lack da wirklich wieder abplatzt oder so. Ich würde es im Prinzip so lassen. Man kann den immer wieder zusammenpacken. Man kann den immer wieder innerhalb von Sekunden wegstellen. Und da würde ich nicht anfangen, irgendwas zu lackieren. Aber wie gesagt, es gibt den Lack. Den kann ich hier natürlich auch verlinken. Der ist wirklich auch sehr bezahlbar. So eine Dose sieht natürlich vielleicht optisch nochmal ein bisschen schöner. Aber im Prinzip, ich würde ihn nicht behandeln, würde ihn zum Winter leicht einmal einölen. Und dann stellt man den weg. Und im nächsten Frühjahr oder wenn man den halt auch im Winter nutzen will, holt man den wieder raus. Und genauso schnell wie in der Werkstatt ist der Rocket Stove jetzt auch in meinem Garten aufgebaut. Also es ist schon eine unwahrscheinlich praktische Sache, wie man den dann auseinanderklappen kann. Das heißt, ich habe hier den Fuß. Ich habe vorne den Einführstutzen, den ich aufklappe. Ich habe oben, wenn ich es brauche, noch die Aufnahmen für Topf oder für eine Grillplatte oder dergleichen. Und schon ein bisschen Holz rein. Und schon kann ich den Rocket Stove anzünden. Ich nehme dazu immer einen Grillanzünder. Man kann unten auch ein bisschen Papier, ein bisschen trockenes Holz reinmachen. Aber wie gesagt, ein Grillanzünder ist immer am praktischsten. Und man sieht, innerhalb kürzester Zeit brennt der Rocket Stove. Diese Rocket Stoves haben immer die Eigenart, dass sie wirklich von unten die Luft anziehen. Dann kommt seitlich das Holz rein. Das Holz rutscht auch automatisch nach. Also man kann da wirklich richtig schön Feuer mitmachen. Man kann damit richtig schön grillen. Man kann damit richtig schön kochen. Kochen wollen wir heute in der Form mal kurz machen, dass wir sehen, dass der auch wirklich richtig schön Hitze entwickelt. Die guten Pfannen meiner Frau darf ich dafür natürlich nicht verwenden. Ich habe dafür draußen eine ganz einfache Stahlpfanne. Und das funktioniert. Ein bisschen mehr Öl nehmen. Man könnte die auch so einbrennen. Habe ich in der Form noch nicht gemacht. Ich nehme einfach ein bisschen mehr Öl und das Ganze funktioniert. Ich habe hier Hähnchenfleisch, das ich ein bisschen anbrate. Aber man sieht, das ist jetzt wirklich vom Anzünden her vielleicht vier, fünf Minuten her. Also es ist wirklich unglaublich schnell, dass das Holz anbrennt. Man könnte natürlich auch gleich die Pfanne drauf machen. Aber ich warte immer so ein bisschen, bis das Holz schön angebrannt ist. Und jetzt kann man das auch genau dosieren. Je nachdem, wie viel Holz man unten rein tut, wie stark man das Holz vielleicht auch nochmal nachdrückt. Wenn man es nachdrückt, brennt es auch natürlich nochmal ein bisschen stärker. Kann man das Ganze auch von der Hitze ganz gut regulieren. Man kriegt es auch wirklich so hin, dass die Flammen seitlich an diesem Rocket Stove und dieser Pfanne vorbeischlagen. Und dann kriegt man da eine unglaubliche Temperatur. Aber ich will das Ganze ja schön in Ruhe braten, will nicht, dass das Ganze irgendwo in irgendeiner Form hier anbrennt. Also man sieht von wegen so ein kleines Teil, innerhalb kürzester Zeit ist das Ganze aufgebaut. Und innerhalb kürzester Zeit kann man hier kochen, braten oder auch natürlich in irgendeiner Form grillen. Wenn man da irgendeine Grillaufnahme, eine Platte hat, das ist ein ganz normaler Topf. Ich glaube, es soll noch so Gussroste auch dann dazu geben, die es bei Haus und Werkstatt dann da auch noch geben soll. Ich verlinke den Rocket Stove hier unter. Ich esse jetzt mein schönes Hähnchen. Der ein oder andere schreibt mir dann immer als Kommentar, ich kriege Hunger und genieße nebenbei noch so ein bisschen das Feuer. Weil das ist auch eine sehr schöne Sache. Dazu kann man die Haken hier dann natürlich im Prinzip einklappen. Und kann dann abends natürlich auch an so einem Rocket Stove richtig schön ein kleines Feuer genießen. Macht wenig Dreck. Mit der Asche hat man im Prinzip kein Problem. Das heißt, ich habe hier über zwei Stunden mit diesem Rocket Stove gearbeitet. Hinterher habe ich den abkühlen lassen. Dann kippt man einfach die Asche aus und dann war es das. Natürlich die kalte Asche. In der Form sehr schönes Bauteil. Ist sicherlich eine Vervollständigung meiner kleinen Rocket Stove Serie. Ich habe da schon unwahrscheinlich viel gemacht. Und ich finde es auch wirklich eine sehr praktische, schöne Sache. Ich habe mittlerweile so viele Rocket Stoves. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Und ich habe noch mehr Ideen, was ich da vielleicht nochmal in irgendeiner Form zeigen soll. Ich habe da sogar nochmal einen sehr schönen gesehen. Den werde ich euch demnächst vielleicht auch nochmal zeigen. Das ist auf jeden Fall die Lösung für alle, die keine Lust oder keine Möglichkeit haben. Das haben ja auch viele nicht, dass sie da in irgendeiner Form sich selber was bauen. Da kann man einfach diesen Rocket Stove kaufen. Und ich sage mal, für einen sehr, sehr fairen Preis kriegt man da ein sehr, sehr schönes Bauteil. Einen sehr, sehr schönen Rocket Stove. Und ich sage mal, für einen sehr, sehr schönen Tag.